Ja, willkommen und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute wird der Gewinner vom 1000 Abonnenten Special bekannt gegeben. Ja, der Finlay hat rausgesucht und ich hoffe, dass ich es richtig halte. Und zwar Fipsi1965 hat gewonnen. Ich weiß auch, dass die gute Dame Uta heißt. Also Uta, du hast gewonnen das Old Fork Schnitzmesser Set. Ich habe Hunger. Ich denke an Geschnetzeltes gerade. Gehört dir. Du kannst mich unter folgender E-Mail-Adresse. Kannst du mich kontaktieren und mir deine Daten zukommen lassen. Und zwar unter stratis.werkstatt.gmx.de. Ich freue mich schon drauf, wenn du mir schreibst. Und dann hast du ein Geschenk fürs Jahr 2022. Ist doch auch schön. Ja, ich wünsche euch allen einen guten Abschluss mit 2021. Viel Gesundheit, viel Freude an euren Hobbys. Ja. Wir sehen uns 2022 wieder mit interessanten Projekten und schönen Videos. Natürlich auch zum Thema Schnitzen. Ist klar. Deswegen sage ich jetzt Servus, macht's gut. Bis nächstes Jahr.